Es geht durch unser Siedlungsgebiet durch, es ist Lärm, Staub, Dreck, also wer will das schon, wer hier wohnt? Wir sind Gegner seit Anfang an und ja, mehr kann ich nicht dazu sagen, also in Zeiten wie diesen kann man sowas nicht mehr befürworten. Und was sind die Alternativen? Tja, auf öffentlichen Verkehr setzen, mehr zu Fuß gehen, mehr Grünraum schaffen, wissen wir eh alle, aber ja, wer macht das schon?